Du sagst, du bist 50 Jahre alt. Dann 25, Entschuldigung, um das leicht im Kopf zu rechnen. Wenn du jetzt der einzige Mensch wärst, der jetzt auf der Erde noch erlebt, dann müssen, wenn du 25 bist, in deiner Logik, wo du glaubst, dass du herkommst, vor 25 Jahren zwei gelebt haben. Mir sagen deine Eltern, mir geht es, dass du es leichter rechnen kannst. Es ist natürlich klar, dass jetzt noch viele, viele andere da sind. Aber wir gehen davon aus, du bist der Einzige und dann müssen mindestens, ich sage betone, mindestens vor 25 Jahren zwei gelebt haben, wenn du 25 bist. Und die zwei waren, wie sie dich gezeugt haben, auch 25. Dann müssen vor 50 Jahren mindestens vier gelebt haben. Ich kann das noch reduzieren auf zwei, auf die zwei Frauen, weil ein Mann kann, auf drei, Entschuldigung, weil ein Mann kann die zwei Frauen schwängern. Und jetzt pass auf, jetzt wird es interessant, warum mache ich das mit 25? 25, 50. Okay. Dann nochmal 100 Jahre, müssen acht Tag gewesen sein. Wenn wir 40 Generationen zurückgehen, das ist ungefähr das Jahr 1000, ist zwei hoch 40. Einfach gerechnet, im Jahr 1000 und jetzt gehe ich auf WGB dir, weil ich mir alles aus WGB dir und dann werde ich feststellen, die Meinungen gehen, wenn ein Auseinanderoffizier, haben im Jahr 1000 auf der Erde ungefähr eine Milliarde Menschen gelebt. Jetzt sind sieben und halb. Ich frage dich, wer hat das gezählt? Was die Wissenschaft dir sagt, wird von Idioten nicht mehr in Frage gestellt. Wer hat es gezählt? Ja, das sind Hochrechnungen. Du musst drunter rechnen, Alter. Du denkst dir die Vergangenheit aus. Weißt du, was zwei hoch 40 ist? Das sind 1,099 Billionen Menschen. Das heißt, wenn dieses System der Entstehung von Menschen stimmt, das man dir sagt, müssen mindestens, ich rede wohlgemerkt nicht von der ganzen Pyramide, müssen mindestens 1,1 Billionen Menschen auf der Welt gewesen sein. Und selbst wenn ich jetzt sage, dass ein allereinziger Mann extrem konzentriert seine Milliarden von Samenpfädchen einzeln einpflanzt und schwängert, dann müssen es immer noch über 500 Milliarden gewesen sein. Das legt diese ganzen Darwinismus schon rein arithmetisch flach. Wisst ihr, wie viele Professoren ich das schon gesagt habe? Und die haben sich den Kopf zerbrochen und den Sockenkopf zerbrochen. Die haben sich permanent gefragt, was an dem Beispiel verkehrt ist. Das ist das unmöglich. Weil du, der eigene Glaube, der eigene Glaube, was du mein Wissen nennst, das ist offensichtlich so heilig, dass es absolute Blasphemie ist, dass du den in Frage stellst. Dein eigenes Wissen. Ich weiß doch, ich sehe doch. ich sehe doch, dass du eine foolish neugierig nuestro Dein eigenes Wissen. das ist alles, was du in den Jakob. Vielen Dank.